Hallo, willkommen, Namaste, mein Name ist Susanne Siebold und ich stelle euch heute das Konzept Yoga sanft vor. Yoga sanft ist für alle gedacht, die eine sehr achtsame, sehr ruhige, sehr sanfte Art des Übens bevorzugt. Wenn das sehr anstrengend ist, kannst du das auch so machen, dass du hier die Hände faltest und dann die Handrücken. Wir erarbeiten zusammen auch individuelle Lösungen und benutzen zum Teil auch Hilfsmittel, zum Beispiel Blöcke, Gurte, Bälle. Ganz langsam mit der nächsten Ausatmung bringt ein Bein nach dem anderen nach unten zur Erde und mit der Ausatmung wiederholt werden. Das ist eine super Mobilisierung für die Wirbelsäule. Wir wecken damit unsere Wirbelsäule auf. Habt ihr viel mehr Gewicht auf den Handgelenken, wie wenn ihr die Finger spreizt, dann verteilt sich das Gewicht ein bisschen besser. Könnt ihr das spüren? Und so nach einem halben Jahr des Übens kam dann plötzlich während einer Stunde, wir standen da rein, nach unten schauen und einen Hund, hat sich einer aufgerappelt und gesagt, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Das ist in der ersten Stunde, der ist ja tatsächlich entspannt. Ich bin so froh, dass wir endlich im nach unten schauen und einen Hund sind. Das ist tatsächlich so. Man glaubt es aber am Anfang nicht.